Wir haben drei Jahre lang, drei Jahre lang dafür hingearbeitet, um diesen Moment wahrzunehmen hier heute. Drei Jahre lang haben wir dafür hingearbeitet, um diesen Moment zu erleben. Diesen Moment, diesen einzigartigen Moment, DFB-Pokal, das ganz große Ding haben wir hier heute, Männer. Wir haben hier einen Bundesligisten zu Gast in Bremen und nicht bei Werder, sondern bei der SAV, bei SG Aumund Fee gesagt, bei der Truppe, bei euch Männer. Und ich bin so stolz heute bei euch dabei zu sein, ehrlich, ich würde so gerne mit euch spielen, aber ich stehe da draußen und wir alle, das ganze Trieb um euch herum, die werden sich heute den Arsch aufreißen. Jeder Einzelne wird alles geben. Männer, das ist der Moment, 20. Mai, denkt mal daran, da haben wir Oberneuland geschlagen, 4 zu 0. Keiner hat damit gerechnet, niemand hat daran geglaubt, dass wir das schaffen, Männer. Und heute haben wir wieder die einmalige Chance, die Chance, was ganz Großes zu machen. Wenn wir das Ding heute gewinnen, dann sind wir noch über alle Grenzen hinaus. Ganz woanders sind wir dann Männer. Diesen Moment, den müssen wir packen. So eine kleine Chance ist das. So eine ganz kleine Chance ist das. Eine Minimalschance, aber es ist eine Chance, Männer. Und greifen wir uns heute. Greifen wir uns heute mit aller Kraft, mit der wir sind. Mit allem. Wir haben dafür gearbeitet, 6 Wochen lang. 7 Tage die Woche. Ihr arbeitet nicht so wie die da drüben. Wir spielen nur Fußball. Wir kommen 10 Minuten früher raus und eiern da ein bisschen rum. Wir gehen da jetzt hin und reißen den Arsch auf. Nichts anderes. Wir sind ein Team! Team 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 Bravo, guys!